Mein Bruder Tom ist wahrscheinlich der beste große Bruder, den man sich vorstellen kann. Das weiß ich spätestens, seitdem das mit 9,5 passiert ist, meinem Hamster. Klar gibt es bestimmt noch eine Menge anderer bester großer Bruder auf der Welt, aber meiner ist eben meiner. Untertitelung des ZDF für funk, 2017